Yamai. Yamai gilt als Engel aller Religionen. Yamai ist die Einheit der Religionen. Yamai ist der Engel, der einem helfen will, zu sehen, dass alle Religionen gleich sind, ähnlich sind, miteinander verbunden sind. Anstatt dass die Religionen miteinander kämpfen, wäre es viel klüger zu erkennen, dass sie ein gemeinsames Ziel haben. Gemeinsame Ziele, ähnliche Ziele. Und Yamai steht so für die Kraft der Ökumene und zwar etwas weiter begriffen als nur die christliche Ökumene. Also Yamai, die Kraft der Religionen, die Einheit der Religionen.